Und mit der Tegel-FC geht es auch jetzt gleich weiter. Der nächste Athlet kommt von der Tegel-FC. Er ist ein ganz bekannter Mann hier. Und zwar rufe ich in die rote Ecke Alexander Stoller. Wir begrüßen Sie Alexander Stoller von den Jäger Wittling. Und seinen Gegner in den Ring von der Sportschule TM Büttingen. Bitte ich Julian Zauber in den Boxing. Einen Applaus bitte für Julian Zauber von der Sportschule TM Büttingen. Herzlich Willkommen. So, dieser Kampfer ist ebenfalls angesetzt auf zwei Runden ab fünf Minuten. Und er fehlt bis 80 Kilogramm statt. Einen Applaus für unser Runde Jerry. Ring frei Runde eins. Ring frei. Ring frei. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.